Ist eine Zahl hier oben? Dann kann ich das nehmen und weggeben. Ist eine Zahl da oben? Nein. Lass es da drüber stecken. Oder Anja oder Jakob. Ja. Sie sind alle da, applaudieren. Kommst auf die Bühne und sagst grüß Gott. Und dann zauberst du. Und dann gehst du zum Leiden. Genau. So. Das sind zwei Fingern. Ja. Das heißt mit der Schere. Schere hier ausschneiden. Und hier, warum ist das da? Wer weiß das? Richtig. Zum Zusammenkleben. Das heißt ausschneiden. Einmal, zweimal, dreimal ausschneiden. Und dann nimmst du.